Pejita Malouta Eigentlich Pejita Malouta Lui Güray Albanien ist ein albanisch-amerikanischer Schauspieler und Martial-Arts-Kämpfer. Bekannt wurde er durch das Mitwirken in vier Filmen mit Jean-Claude Van Damme. Er ist zudem als Stuntman bzw. Stunt-Koordinator tätig. Leben Im Jahr 1985 machte Malouta sein Filmdebüt als Mitglied einer Gang in dem Actionfilm Los Angeles Street Fighter. Im Jahr 1991 begann Malouta mit Van Damme zu arbeiten. Der erste der vier Filme war geballte Ladung Double Impact, wo er einen Kämpfer mit Messern an seinen Stiefeln darstellte. Der zweite Film war ohne Ausweg aus dem Jahr 1994. Dann folgte 1996 Alec West die Herausforderung. In diesem Film spielte Malouta einen spanischen Kämpfer, der gegen Van Damme in einem Kampfturnier antritt. Fünf Jahre danach spielte er in The Order zum letzten Mal mit Van Damme in einem Film mit. Seinen bisher letzten Auftritt hatte er in dem Film Butterfly Effect 3 die Offenbarung in einer Nebenrolle. Peter Malouta wohnt derzeit im Großraum Detroit, Michigan und ist Lehrer in einer Kampfsportschule speziell für Taeka Wondo. Filmografie 1985 Crime Killer 1985 Los Angeles Street Fighter 1991 Geballte Ladung Double Impact 1994 Ohne Ausweg 1996 The Quest die Herausforderung 2001 The Order 2009 Butterfly Effect 3 die Offenbarung Untertitelung 2001 Vielen Dank.